Genau, sein braver Steingolem und verzieh dich. Na gut, du kannst von mir aus das Dark Castle einhauen. Normalerweise, wenn wir jetzt zwei Ranger haben, die ordentlich erkunden gehen. Und ordentliche Helden haben. Ja, war nur eine Frage der Zeit, bis die ihn tot hat. So. Noch einen zweiten Paladin und dann sind wir eigentlich gut dabei. Ein Market Day, bitte. Ja, und ich habe gewusst, meine Ranger sind guter... Schaffen sie irgendwann mal, Gebiet zu erkunden. Ich wünsche nur, ich hätte etwas, um ihre Sichtweite zu erhöhen. Okay, jetzt habe ich aus Versehen auf die Gorgonen eine Steinhaut gewirkt. Und anwachen. Hat ihre Resistenz drastisch erhöht, aber... So, eine Warrior-Gilde hätte ich dann noch gerne. Irgendwo hier unten dann. Sovran, ein Gebiet wurde aufgeräumt. Ah ja, also unser einer Ranger hier ist wirklich gut dabei mit dem Exploren. Aber wenn er in irgendwelche Gebiete geht, wo er eigentlich schnell ist, aufgedeckt ist, aber ist egal. Bring das Geld heim, dann bauen wir noch eine Warrior-Gilde. Das ist mir jetzt genug Geld für eine Warrior-Gilde. Es ist wirklich erstmal wichtig, herauszufinden, wo diese Ancient-Dinger sind. Als sie einzureißen. Genau, weil da ist schon wieder eine. Ich denke mal, da unsere Defense gut genug ist, lasse ich mal die hier oben einreißen. Und ja, ich will wenigstens meinen Acrela-Tempel da mal auf Stufe 2 bringen, dass ich Blessing machen kann. Die Mediator-Gilde ist jetzt so, da ist das eine große Herausforderung. Der hat eine große Herausforderung, für heute. Für heute. Die hat er halt gerade wirklich zu kämpfen. Und ja, die Pervos hier, die scheinen ständig auf wieder neue Dinger zu spawnen. Gut zu wissen, dass das geht. Genau, zieh dich mal zurück, während das ganze Viehzeug unterwegs ist. Der ist jetzt Level 19 dieses Mal, okay. Also wieder... Neues Erdbeben. Duras! Oh, da ist mein Garthaus eingerissen worden. Das ist echt praktisch, dass ich das jetzt erst endlich rausgefunden habe. So, was ist hier ein Attack-Spell? Neues Garthaus und ich denke, ich baue hier ein Ballister-Tower hin. Ach, Herr Jesus, gleich Tag 20 und wir haben bis jetzt zwei von den Dinger zerstört und nicht mal die Hälfte der Karte aufgedeckt. Okay. Das heißt, ich muss mal ein bisschen den Leuten Beine machen. War das da Castle nicht zerstört? Ach, das habe ich gar nicht gelesen gehabt. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Also ich habe das Gefühl, dass das knapp werden könnte, wenn wir es überhaupt schaffen. Mein Paladar, den spackt nämlich da gerade rum, der hat keinen Bock richtig zu kämpfen. Meine Ranger machen irgendwas außer Erkunden. Es war wahrscheinlich auch ein Fehler, meine Schmiede auszubauen und alles. Das Collecting Healing House, ich glaube es nicht, der soll Erkunden gehen. Andere Helden sehen halt fast nichts. Und der neue Ranger-Skill ist so sau teuer. Genau, Exploring mit... Ich gebe es echt auf. Ich habe jeglichen Glauben in meine Helden verloren. Jeglichen Glauben in meine Helden. Ich habe... Ich habe mich einfach angeneinander ausgestattet. Ich habe die Rekord-Klinik. Also die Mission ist okay. Aber mit dem Zeitdruck ist sie das nicht. Es ist eine Expertenmission, gebe ich zu. Aber die ist so unfair teilweise und meine Helden halt wieder mal so unterbelichtet. Ich meine, ihr seid Helden. Und das mit der Wizard-Gilde und den Dinger, das ist auch der Witz, ey. Immer guckt euch das an, das... Fliegen in Ter... Für was habe ich den Zauber? Ich hoffe, jetzt flieht ihr nie wieder in Terror. Oh, er hat einen Ancient Barrow hier oben gefunden. Ne, ich schaffe es garantiert nicht, in sechs Tagen sich Ancient Barrow zu zerstören. Doros, sag, dass du eine Pussy bist. Töte. Das hielt lange an. Energies of Light. Energies of Light. Die Unholy are near. Die Unholy are near.